Hallo, grüß euch! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute drehen wir ein Video mit ganz tollen Kleidern und natürlich auch einen Jumpsuit, der zum Sommer gehört. Ich trage zum Beispiel heute von Monari ein tolles Glitzerjackel. Das haben wir jedes Jahr in der Saison dabei und es passt jeden und ich sage, wenn ich das im Kasten habe, habe ich es die nächsten zehn Jahre. Und dazu trage ich den tollen Jumpsuit von Roblecher. Butterweich, ganz leicht und ist eine merzerisierte Baumwolle. Heute werden wir auch ein bisschen was für Sharing zeigen. Wir werden unsere Outfits dann am Schlosspark präsentieren und bitte kommt mit uns mit! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Musik 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 Schön war es wieder in Scherding. Wir haben Frischluft gedankt. Das Wetter genossen. Ein schöner Abend geht zu Ende. Wir haben uns noch einmal umgezogen. Ich habe ein Röpple Scherkleid an. Ein duftig leichtes, die Hanna Amonari. Mit Glitzer und Funkel. So gehen wir nach Hause. Alles Liebe, euer Silvia Atzinger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017